Ja, was wir hier sehen, ist so eine klassische Darstellung aus dem Projektmanagement. Irgendeine große Aufgabe ist zerteilt worden in vier Abschnitte und die werden jetzt nacheinander bearbeitet. Sagen wir mal, es ist ein Gebäude, von mir aus ein Museum, da muss ich natürlich zunächst den Keller, die Wände, das Dach und dann die Innenarbeiten machen. Keine Frage. Und was ich vorab brauche, ist natürlich einen sauberen Plan. Der steht zeitlich vorab und erst wenn der genehmigt und umsetzungsreif ist, kann ich loslegen und ich habe dann über die gesamte Realisierungsphase eine ganz enge, strenge Abhängigkeit von diesem Plan. Auch der letzte Bauabschnitt ist im Plan geregelt. Zwischendurch mag es mal die eine oder andere Anpassung geben, aber im Wesentlichen ist es doch das Ziel, dass das Ganze plangetreu realisiert wird. Und das funktioniert natürlich für... Gebäude und andere Großprojekte, die stark qualitätsgesichert sind. Wichtig ist aber, dass die Veränderungen, die zwischendrin stattfinden, nicht allzu gravierend sind, sodass dieser Plan im Wesentlichen seine Aussagefähigkeit behält über die gesamte Zeit. Okay, es gibt eine alternative Planung und die sieht etwas anders aus. Da würde ich zunächst einmal Taktstriche setzen. Ja, vier Stück hier. Und das bedeutet, ich habe zeitliche Dimensionen, ich habe einen Zeitraster jetzt über meine gesamte Realisierung gelegt. Sagen wir mal, das wären Monatsabschnitte. Und innerhalb dieser Monate muss ich jetzt natürlich meine Aufgabenpakete realisieren. Was sich aber grundlegend unterscheidet, ist hier die Strenge und Stringenz, mit der ich auf diesem Takt bestehen werde. Das heißt, ich werde eben nicht erlauben, dass das Arbeitspaket sich dann über den Monat hin ausdehnt, sondern ich werde schon ganz genau meine Besprechungstermine am Ende dieses Monats haben, wo wir dann überlegen, ist das noch richtig, ist das noch wichtig, was wir tun oder haben sich inzwischen Dinge geändert. Naja, und ich habe natürlich keinen direkten Plan, aber ich habe auf jeden Fall ein beschriebenes Goal, ein Product Goal oder etwas in dieser Art, wo drin steht, was am Ende herauskommen soll. Sagen wir mal, das wäre ein virtuelles Museum, also eine App. Und dann würde ich beschreiben, dass die Nutzerinnen dieses und jenes dort tun können, dass sie Exponate sehen, dass sie mit diesen Exponaten interagieren können und so weiter. Das wäre die Beschreibung des Zieles. Sehr viel weicher als dieser konkrete Plan. Und ich brauche natürlich noch etwas vorab, was ich zu Beginn dieses Projekts habe. Und das ist eine Liste von, ich nenne es immer Wunschliste, eine Liste von Dingen, die ich Stand dieser Planung am Beginn des Projektes gerne realisieren wollen würde. Und das Besondere ist jetzt, dass es eine dynamische Liste ist, weil ich habe keine fest vorgeschriebene Vorgehensweise. Und deswegen habe ich zumindest am Anfang erstmal einige Dinge nach oben priorisiert, andere erscheinen mir nicht so wichtig. Und ich habe jetzt nicht die Aufgabe aus dieser Liste, praktisch für die nächsten Monate schon einen Plan zu erstellen, sondern es geht erstmal darum, dass ich im ersten Monat beginnen kann. Ich werde einige Punkte aus der großen Liste in die kleine überführen, genau einen Monat lang arbeiten und am Ende dieses Zyklus bestimmen, wie es weitergeht. Das heißt, ich arbeite dann wieder die Liste für den nächsten Monat und so weiter aus. Und was passiert ist, dass ich mich Stück für Stück nach vorne arbeite oder iteriere, wie man im Agilen sagt. Das bedeutet, meine Planung ist höchst anpassungsfähig. Ich habe vielleicht tolle Ideen, die ich unterwegs verwerfen muss und neue Ideen, von denen ich noch gar nicht wusste am Anfang, als ich begonnen habe, dass die mal letztlich den Erfolg des Projektes garantieren werden. Und diese Planung, die man Agile nennt, im Wesentlichen als Abgrenzung von diesem klassischen Modell, was man Wasserfallmodell nennt, die ist erst 25 Jahre alt im Wesentlichen, diese Vorgehensweise, während das Wasserfallmodell schon einige Jahrtausende auf dem Buckel hat. Und das große Problem ist jetzt, dass in vielen agilen Büchern steht, das agile Vorgehen ist die Zukunft und das klassische Wasserfallmodell ist die Vergangenheit. Und das stimmt überhaupt nicht. Ja, beide Modelle haben ihre Berechtigung, beide Modelle passen für einige Aufgaben hervorragend und für andere gar nicht. Wenn ich unten in diesem Modell einen Plan eingeben würde, der hätte schon nach ein, zwei Monaten überhaupt keine Bewandtnis, da würde nichts mehr von stimmen. Deswegen brauche ich dieses sukzessive Scheibchenmodell. Und in anderen Projekten ist genau das Gegenteil der Fall. Da brauche ich die langfristige Orientierung, die Qualitätssicherung, sonst kriege ich mein Projekt nicht hin. Natürlich gibt es Hybridformen, aber ich wollte euch hier in diesem kurzen Video einfach nur die beiden Vorgehensmodelle gegenüberstellen.